Hallo, mein Name ist Beate Popp, ich bin High-Praktiker und Coach. Meine Schwerpunktthemen sind Narzissmus, insbesondere Narzissmus in der Familie, also narzisstische Eltern, narzisstische Geschwister, narzisstische Großeltern und Vererbtetraumen. Ein vielleicht für viele doch schon bekannter Begriff ist das große Thema Gaslighting, oder Gaslighting, wie man es auch immer aussprechen will. Und was heißt das jetzt? Gaslighting ist eine hervorragende Manipulation, jemanden anderen, Entschuldigung, er im Froschen heißt, einen anderen zu manipulieren. Es ist eigentlich die gemeinste Form, weil man dem anderen jede eigene Wahrnehmung abspricht und mit manipulativster Kommunikation dem anderen seine Dinge ausredet. Zum Beispiel, ich habe Besuch von Verwandten und es ist ein total schöner Tag und ihr seid alle freundlich zueinander und ihr lacht und es ist alles wunderbar und du bist total in einem guten Gefühl und hast es eigentlich als sehr harmonisch wahrgenommen. Und dann kommt der narzisstische Mensch daher und sagt, ja das hat nicht gepasst und das hat nicht gepasst. Also deine Wahrnehmung stimmt ja hin und vor und hast du nicht gesehen, dass der das gemacht hat und der hat das gesagt und die hat da sich komisch verhalten und du hast das alles komplett wahrgenommen. Das ist vielleicht eine ganz einfache und simple Situation, aber da geht es schon los. Und dann gibt es viel extremere Situationen, wo eigentlich deine eigene Wahrnehmung, deine eigene Emotion immer abgestürtet wird und argumentativ und sehr, sehr gut manipulativ vom anderen klein geredet wird und gesagt wird, das stimmt nicht, wie du das siehst. Also das ist ganz, ganz anders. Du bist ja dumm und du verstehst das noch nicht und du kannst das auch noch nicht und du blickst da noch nicht durch. Und so verlierst du über einen ganz langen Zeitraum, wie wenn das ständig abläuft, immer mehr den Zugang zu deinen Gefühlen. Denkst du machst was falsch, du bist nicht richtig. Auch in Alltagssituationen, du hilfst irgendwie in der Familie mit und denkst, ach, das habe ich jetzt aber gut gemacht. Und dann kommt wieder der große Kritikpunkt, nee, das stimmt nicht und das hast du falsch gemacht und da hast du was nicht richtig gemacht. Und so wird man halt als Betroffener von Tag zu Tag kleiner und kleiner. Und das ist einfach eine ganz heftige Art der Manipulation. Und Menschen mit einer vor allem narzisstischen Persönlichkeitsstörung verwenden eben diese Form des Kleinmachens, des Unterkriegens sehr, sehr gerne, weil sie dadurch den anderen in eine eigene Gewalt bringen. Quasi sie haben immer noch Macht über den anderen, man hat die Kontrolle über die Gefühle der anderen. Ich, narzisstische Mensch, weiß, was stimmt und der andere ist einfach nicht in der Wahrheit. Und das ist einfach ganz, ganz fatal und heikel, weil für die Kinder, die trauen eigentlich ihren eigenen Gefühlen nicht mehr. Und wenn es darum geht, dass sie sagen, ach, der Vogel da draußen ist aber schön, ach, was ist denn das für ein greiflicher Vogel, stimmt doch überhaupt nicht. Also das sind so ganz subtile Kleinigkeiten, das sind immer Spitzen, die immer wieder kommen, oft in ganz banalen Alltagssituationen, aber die dich selber zweifeln lassen, stimmt das jetzt, was ich wahrnehme? Oder ist der Nachbar doch ein böser Mensch? Eigentlich ist er ja ganz freundlich. Oder ist mein Schulkamerad doch, der ist doch eigentlich ganz nett. Und der Mutter sagt, nee, und schau dir doch den an und das stimmt doch gar nicht, wie du das wahrnimmst. Und das ist eine ganz, ganz gute Taktik, wo eben die Narzissten haben oder Menschen mit Persönlichkeitsstörungen dich klein zu machen. Und dann ist es oft auch so, dass du, ja zum Beispiel es ist ein Ereignis und du spiegelst deine Mutter, also du sagst, heute bist du aber grantig irgendwie oder was ist denn los oder sowas, du meinst es total gut. Und der Mutter sagt, nein, mir geht es aber hervorragend, dass du wieder siehst, das stimmt doch alles nicht. und du nimmst das völlig falsch wahr. Und das ist so eine ganz dubiose Mischung, wo wieder in den Mechanismus geht, du traust deinen eigenen Gefühlen nicht. Also der andere sagt, mir geht es gut und es ist alles in Ordnung, kehrt so alles irgendwie in der Familie auch unter den Teppich, machen heile Welt nach außen. Du spürst aber untergründig irgendwie, ist das alles nicht wahr, das ist alles, stimmt das nicht, das ist alles irgendwie gelogen. Aber die sagen ja, es ist anders, also als kleines Kind, ich passe mich an, ich bin brav und funktioniere, also muss das ja irgendwo stimmen. Oder die sagen, du bist zum Beispiel, es ist irgendeine Situation, wo du dann wieder schuld bist. Also ein Konflikt in der Familie ist aufgetreten, du kannst eigentlich gar nichts dafür, weil irgendwie die über was streiten, wo du überhaupt nichts damit zu tun hast. Und es wird so hingedreht, irgendwann bist du schuld an allem. Irgendwann bist du der Auslöser, du bist schuld für die ganze Situation, warum die Familie jetzt streitet. Du hast gar nichts damit zu tun, weil du vielleicht im Garten am Spielen warst, aber irgendwann glaubst du das. Also das klingt jetzt vielleicht echt abstrakt, aber es ist wirklich so, irgendwann glaubst du das. Vielleicht, weil du einfach einmal in den Raum reingeschaut hast, was da los ist, dann bist du wieder gegangen, aber du bist schuld. Und dann eben auch das Unterstellen, dir werden Gefühle unterstellt, dir geht es eigentlich zum Beispiel an einem Tag total gut und dann heißt du, warum bist du denn so grantig oder irgendwas. Oder auch umgekehrt, dir geht es an einem Tag nicht gut und dann heißt es, ach, du bist aber heute gut drauf oder du fühlst dich mal nicht gut und du sagst, ach, du bist aber heute lustig. Also total paradox, total komische Situationen, wo dir immer mehr diese Sicherheit genommen wird. Du kannst auf deine eigenen Gefühle vertrauen. Ja, und dann kommt halt noch ein anderer Punkt dazu, zum Beispiel, dass deine Mutter so oder dein narzisstischer Mensch, der Narzisst dir Sachen erzählt, die ein ganz Ständer gesagt hat. Zum Beispiel der Nachbar hat gesagt, du bist viel zu dick, du bist zu dünn, du bist zu blass, du gehst komisch. Da hat jemand erzählt, du bist in der Schule schlecht oder du bist vorlaut und das stimmt alles nicht. Also alles überhaupt entspricht nicht der Realität. Aber irgendwann wirst du das glauben, weil die Narzissen das mit so einer Überzeugungskraft erzählen, dass der Nachbar gesagt hat, du hast das angestellt oder du hast den Ball in seinen Garten geschmissen und seine Hasen verschweckt oder was auch immer, was gar nicht stimmt. Aber irgendwann bist du so klein, dass du das echt glaubst, dass vielleicht gedacht hast, ja gut, ich habe jetzt nicht den Ball rüber geschmissen, aber vielleicht ist mein Ast abgebrochen, wo ich am Baum hochklettert bin und die Hasen sind jetzt psychisch gestört. Also was auch immer, es ist wirklich total sporil, was da auftreten kann und was da für Mechanismen dahinter stecken. Wenn man Notizen macht, muss ich mal schauen. Also zum Beispiel das andere ist auch, wenn du eben irgendeine Situation ansprichst, sagst, Mama, das war doch gar nicht oder so. Du kommst da nicht durch. Das wird so hingedreht, wie eben du bist schuld an einem Familienstreit, obwohl du im Garten warst. Du hast gar keine Chance. Das wird so manipulativ, das ist schon wie Gehirnwäsche eigentlich. Wird dir das vermittelt, dass doch du diejenige bist, die nicht gut genug bist, die was falsch gemacht hat, die einfach nicht genügt, die immer nur dumm ist oder irgendwas nicht versteht und ein kleines Kind, irgendwann glaubt es das. Also das ist so tragisch an der Sache. Also Gaslighting ist eine ganz heftige Manipulationstechnik, die sehr untergründig und sehr sutil läuft. Viele für Mütter und Mütterinnen verwenden da nicht den Begriff oder Narzissen. Ich meine es doch nur gut mit dir, ich will dir doch nur weiterhelfen auf deinem Entwicklungsweg oder dass du kritisch wirst oder dich selber mal, irgendwie, dass du mehr lernst oder sonst was oder dich selber mal vielleicht ein bisschen hinterfragst. Aber irgendwann ist es so krank, dass du nur noch kaputt bist. Also das ist wirklich heftig, weil du irgendwann echt selber glaubst, du bist nicht gut genug, du kannst nichts, du bist falsch, du machst alles nur völlig daneben. Also das ist eine Manipulationstechnik, die auch in Beziehungen oft vorkommt. Kennt ihr vielleicht auch, vielleicht findet ihr auch noch Beispiele dazu, dass wir es noch anschaulicher machen, wo wirklich heftig ist. Also wo dir alles in die Schuhe geschoben wird, jede Emotion, jeder Auslöser von irgendeiner Situation, du bist an allem schuld oder du nimmst es nicht richtig wahr und du siehst es falsch und du bist ja sowieso falsch. Also das war jetzt so ein bisschen ein Einblick in das Thema Gaslighting. Also es ist ein ganz, ganz heftiges Thema. Wenn ihr Beispiele habt, schreibt es vielleicht in die Kommentare drunter, das ist mal ganz hilfreich für alle anderen. Und wirklich geht auch die Suche nach euren wahren, identischen Gefühlen. Und das ist so lohnenswert und das ist so ein wunderbarer Prozess, weil man kann irgendwann diese ganzen Glaubenssätze, diese Prägungen, die kann man hinterfragen und man kann sie dann wirklich aus der eigenen Seele rauswerfen. Und dann werdet ihr der Mensch, der ihr wirklich sein wollt. Alles Liebe und Gute, eure Beate. Ciao.